Was ist hier unten irgendwas? Ist hier schon mal runtergetaucht? Ich bin eben einfach nur ganz kurz getaucht. Noch nicht länger, Fritz. Das Stein interessiert mich nicht. Ja, der ist direkt da. Das ist ein blödes Vieh, ist das. Ach, mein Speer, der war ja schon wieder krott. Ich komme hoch. Ich bin jetzt gleich auch wieder platt. So, hat keinen Zweck mit dem Hai. Schön schnell, wir gucken mal ganz kurz. Wir könnten theoretisch ja jetzt Scharniere bauen, so weit. Scharniere hat man hier schon drin, ne? Oh, da kommt, glaube ich, der Hai unten. Da, Hütergut, mein Speer ist kaputt. Hast du ihn abgewehrt? Ja. Sehr gut. Wo ist die kacken Möbel? Hab ich jetzt gerade gemacht? Beim Angeln. So, ich zeige euch wieder ein Speer. Äh. Okay. Haben wir das auch, sehr gut. So, was hatte ich denn jetzt? Bolzen, brauche ich jede Menge. Mit Bolzen kann man noch eine Feder. Wir brauchen auch Metall irgendwas. Metallbarren für, um den Kölz zu bieten. Ja, können wir gucken. Wie kriegt man den denn? Äh, in dem haben wir Eisenerz, äh, Metallerz hier. Wo ist es? Einen Metallbarren habe ich, aber nur einen. Wo ist denn das Eisenerz hin? Haben wir gar keins mehr? Doch. Aber nur so wenig. Hier, Metallerz. Drei Stück haben wir noch. Mehr nicht. Kupfer haben wir noch zweimal. Also Metall könnten wir... Ein alter Schuh. Metallerz und sowas könnten wir hier unten auch noch eine Insel finden, indem wir nachher noch mal tauchen. Können es theoretisch auch noch mal schlafen legen und dann gucken. Erst was essen. Ja, dann mach das. Sonst bin ich verhungert. Ja, das neue Wassersystem ist einfach Bombe, ey. So gucken, dass wir es gleich noch wieder auffüllen, ne? Ja, das mache ich dir gern. Kannst du es jetzt auffüllen, auch wenn es, äh... Hallo. Ah, das ist cool. Okay. Ich dachte, es geht nur erst, wenn es leer ist. Jetzt brauchen wir da für nämlich kein Wasser mehr. Das ist echt cool. So, mehr geht nicht. So, okay. Sollen wir uns, äh, schlafen legen? Ja. Oh, ich müsste eigentlich auch noch was essen, sehe ich gerade. Warte mal. Lück mich schon mal hin. Ah, es muss reichen, so. Oh, ich bin am Vorgang, sehr gut. War nicht genug. Ne. Ah, ich habe direkt... Fischchen ist ja fertig, alles gut. Krieg direkt den nächsten drauf. So. Ihr große Grill. Der würde es jetzt echt bringen. Ja, weil ich habe ja auch den Lachs, der da fröhlich... Ich weiß, ich weiß. Da passiert aber nichts. Also kaputt geht der nicht. Warte mal hier auf Essen. Der große Grill. Wir brauchen zwei Metallbaren nur. Die haben wir jetzt aber. Zwei Seile ist nicht das Problem. Nägelt sich das Problem. Planken brauchen wir dann noch. Das geht aber. Ähm... Metallbaren müssten wir jetzt eigentlich haben. Jawohl. Zwei Stück haben wir. Hatte ich jetzt gesagt. Seile brauchten wir... Zwei Stück. Was denn? Ich schmeiße immer diesen Kackplastikarten. Die Kuck-Taste ist die Hölle. Nägel brauchen wir noch. Hab ich noch. Brauchst du die? Hab ich. Das einzige, was ich jetzt noch brauche... Sind fünf Planken. Hast du noch Planken? Wird ja eben schon abgeluchst. Und wir müssen also entweder wir tauchen oder wir... Und gucken, dass wir hier noch irgendwas rausholen. Ich würde sagen, wir tauchen. Gucken wir, dass wir was rausholen. Und gehen wir anscheinend weiter. So. Metall hier lassen. Das ist wichtig. Das wäre jetzt blöd, wenn ich das verliere. Aha, aha, aha. So. Nägelchen lassen wir auch hier. Bleiben lassen wir auch hier. Der Rest ist erstmal egal. Ja, okay. Okay. Gucken wir mal. Da ist Stein am liegen. Unten ist noch ein Plateau. Da ist auch noch. Gehen wir mal hier runter. Hier ist jede Menge. Ach, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Hier haben wir bestimmt Sand oder Ton, ne? Hier haben wir Erze. Erze sind übrigens immer so an den Seiten, an den Krippen dran. Falls du noch keine gesehen haben solltest. Doch, irgendwann schon mal. Was machst du denn mit so einem Schuh? Keine Ahnung. Aber damit machst du nichts. Schick den mal hier rein. Vielleicht können wir da was erforschen. Möglicherweise können sie darin etwas pflanzen. Ach, cool. Siehst du, man lernt ja immer dazu. Ich habe Kupfer gefunden eben. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich komme, ich gehe drauf. Oh, oh. Bist du zu lange getaucht? Ich habe es ein bisschen übertrieben. Da kommt noch der Hai. Komm, 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 komm. Jawoll. Noch knapper hätte ich es fast nicht machen können. Also ein bisschen habe ich wieder was hochgeholt. Ich habe jetzt Metallärzt und Kupferärzt da. Das sollte doch erstmal reichen, hoffe ich. Irgendwo müssen wir Kupferärzt haben. Und Kupfer, wunderbar. Wie eine Riesenschild, äh, Muschel. Bitte? Ich glaube, hier ist eine Riesenmuschel. Sehr gut. Ah, was brauchte ich jetzt noch? Planken, genau. Planken braucht man noch. Dann kommen wir einen großen Grill bauen. Große Anbauflächen können wir auch. Der Anker wäre noch eine coole Sache, wenn ich darüber nachdenke. Da brauchen wir auch ganz viel Planken und drei... Kaputt? Ah, ist okay. Also für die Anker... Wir brauchen noch vier Metallbarren. Und ein Scharnier. Soll ich nochmal runtergehen? Soll ich mich trauen? Ach komm, no Whis, no Fun. Sonst passiert uns ja auch nicht so viel, ne? Ja, weiß ich nicht. Ist nicht das ganze Material weg, was du da gesammelt hast? Wirklichens aus dem Inventar was weg. Das habe ich jetzt nicht. Jetzt finde ich ja kein Erz mehr, ne? Das gibt es nicht. Erz habe ich sowieso kein. Da haben wir was. Und ich habe gleich wieder keinen Sauerstoff. Sehr gut. Ich brauche unbedingt eine Taucherflasche. Die hätte ich mir mal craften können, ne? Kann die noch nicht. Haben wir die nicht gelernt? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ist egal, ich hole die zwei noch und dann ist gut. Oh, wir müssen das nicht übertreiben. Ah, das ist doch noch eins. Das holst du mir auch noch. Ah, wunderbar. Wunderbar. Wurde zum Thema noch nicht übertreiben. Nimm mal mit, nimm mal mit. Dann reicht's auch, so. Egal was jetzt kommt, wir gehen jetzt an die Oberfläche. Tauchen an die Oberfläche. So, ich habe jetzt nochmal dreimal Metallstruck, dreimal Kupfer. Das sollte erst mal genügen. Weiß ich nur nicht, wo unser Floß ist. Weiß ich nicht mehr, bist du wahrscheinlich auf der anderen Seite der Insel. Blöd noch, wenn jetzt der Hall kommt. Tauch mal lieber weiter. Na ja, man darf nicht zu gierig werden, ist das Problem. Da ist das Floß. Oh, eine Muschel. Man darf nicht zu gierig werden. Oh, eine Muschel. Auch, guck mal hier. Und immer das noch. Dies, jenes. Kann man auch noch brauchen. Kommen immer mehr Wellen. Ja, ich komme hoch. Und schwupp. Nein, das war ein Satz mit X. Wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? So. Also von mir aus, äh. Ah, hier hat er was weggeknabbert. Oder haben wir hier nicht zu Ende gebaut? Hier haben wir nicht zu Ende gebaut, ne? Ah, von mir aus können wir. Ich würde doch hier ganz gern... Da ist er. Der Held, aber was ist aus, du? Ist der reinste Wahnsinn. Okay, reparieren kann ich nicht. Mir fehlt, äh, Holz. Ich habe auch nichts damit gefordert. Wollen wir dann abhauen? Ja, bitte. Warte, bevor du jetzt los machst. Jo, du könntest. Jo, weg. Das sieht gut aus. Ich habe hier die Federn eingesammelt und eine Truhe gepackt. Ah, sehr gut. Waren noch Eier da? Ne, nur Federn. Ah, immerhin. Mit der Feder könnte man schon wieder weiterforschen. Ah, ich glaube, es sieht ganz gut aus, so, ne? Ah, es sieht gut aus. Okay. Der braucht Planken hier wahrscheinlich noch. Federn, hast du die Truhe gepackt. Gut, da klauschen wir mal ein, ne? Gibt mal, ob wir hier was Neues erforschen können. Ich glaube, das sieht gut aus. Den Schuh, den hast du da drin gelassen, okay? Also, wir haben einen Pinsel, einen Metallpfeil und eine Hängematte, die wir jetzt craften können. Uns fehlen jetzt eigentlich erstmal hauptsächlich noch die Bolzen und das habe ich ja auch hier. Warte mal, warte mal. Das kann man da auch, das habe ich ja irgendwo, habe ich, da ist es. Das können wir auch erforschen. Das hat doch was. Zack. Ach, guck mal. Leere Flasche können wir jetzt bauen. Wenn wir die Bolzen haben, können wir zum Beispiel noch einen Bogen bauen und einen Topf. Und dann noch die Sauerstoffflasche. Ne, warte mal, die Sauerstoffflasche, dafür musst du jetzt die eine Flasche haben. Was brauchen wir da für Kunststoff und Kletterpflanzen geliebbar? Mhm. Schade, als wäre es von der Insel weg sind. Ob da diese Kletterpflanzen geliebbar, hätten wir auch nur von den Kletterpflanzen da bekommen, die aus von diesen Algen wieder wachsen wie auch immer. Schade, aber egal. Die nächste Insel kommt bestimmt. So. So, ich darf das holen, dann kriege ich mehr Ärger. Hol dir das. Hast du das eine fast jetzt nicht? Das eine habe ich. Na, komm schon. Gibt's doch nicht. So, hab's. Da hinten kommen noch ganz viele. Ja. Wo? Was? Hast du gerade gesagt, wo? Da. Ich wollte gerade sagen, das ist doch kaum zu übersehen. Boah, dieser Wasserreiniger ist einfach Bombe, ey. Mag den total, so. Ton. Scheiße. Scheiße. Was ist denn los? Eine Fass habe ich. Ja, ich habe keins. Ist doch nicht schlimm. Wenn du Sachen brauchst, dann einfach Bescheid. Scheiße mit diesem Pack der Angel hier. Nee, das ist sowas, weswegen wir so Spiele meistens keinen Spaß machen. Ja. Das ist langwierig ohne Ende. Du stehst fünf Stunden da, um so einen Kackpfeil danach rauszumeißen. Ich weiß, für die meisten ist das der Reins. Du hast keine Geduld. Das ist ja der Witz an der Sache. Du musst ja weiterkommen. Ja, sag ich ja. Man muss sammeln, 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 um zu bauen, um das, damit man sich das Leben erleichtern kann. So. Das ist auch repariert. Sehr schön. So. Wir könnten auch mal gucken, ob wir ein paar Netze mehr bauen können. Das ist so high. So, ich glaube, der greift noch nicht an. Hinten kommt gerade gar nichts rein, ne? So richtig, okay. Wie viel Metallbarn haben wir jetzt? Wir hätten jetzt... Bin ich jetzt blind? Ach, der hat ihn nicht aufgenommen. Ah. Okay. Wo hat das Ding da... Jetzt haben wir drei Metallbarn. Wir wollten bauen unseren Grill, ne? Ist richtig. Damit ich den, äh, laxlos. Warte mal, die Nägelchen. Wo haben wir die Nägelchen? So, jetzt aber. So. Wie mache ich denn hier nochmal was weg? Äh, wie meinst du was weg? Von den Foundations oder was meinst du? Ja, da werde ich hier nochmal so ein... Du musst den Hammer nehmen, da müsste da irgendwann... Steht da manchmal X zum, äh, entfernen. Äh, warte mal. Ich glaube, dafür muss ich Foundation... Ja, oder doch nicht? Oder was? Vielleicht soll ich dir mal die Axt geben? Oder sag mal, wo es weg soll, dann mache ich es kaputt. Ja, da vor, hier in unserer Reihe. Da kommt ein Fass, willst du es haben? Hier so? Ja, dann kann ich da nochmal so ein... Da, bitteschön. Mit der Axt geht es einfacher. Ach so, der Grill. So, den Grill. Wo wollen wir den Grill hin haben? Den Grill bauen wir dann hier so hin. So. Bin ich gut. Da kommen ein paar Palmen... Oh, ich muss halt essen, sehe ich gerade. Ich müsste mal da was essen. Also, wenn du eine Brette hast und das große Viech, äh, weißt, wo das ist, der Grill ist hier, äh... Da können auch mehrere kleine Fische draufpacken, ne? Auf den großen Grill. Wo ist denn der große Grill? Ich habe ja den Wachs. Ich weiß mal, den Wachs da drauf. Ich glaube, von den großen geht nur einer drauf. Von den kleinen geht, glaube ich, drei Stück drauf oder sowas. Brauche ich doch einen Fisch. Mach mal. Da ist es gut. Ah, der Hai, der Hai. Sehr gut. So, haben wir das auch. Fisch. Ich wollte gucken, hatte ich nicht eben noch Fisch irgendwie? Wieder angeln. Mein, wir hatten doch eben irgendwo noch etwas Fisch, oder? Da haben wir Fisch verbraucht. Das ist ja rein zu Wahnsinn. Die futtern sich überhaupt kaputt hier, ne? Sind halt unersättlich. Aber sowas von. Aber sowas von. Vielen Dank.